So denke ich schreiben wir auch doch jetzt wieder in ein Jahr voller Zuversicht und mit der Möglichkeit schöne Dinge zu erleben und darauf möchte ich mit euch allen anstoßen Also auf viel Gesundheit und vielleicht können wir jetzt noch ein kurzes alte Ritual machen Der Joel ist der Jüngste. Du weißt ja, da wir keine Weihnachtsfeier haben, bist du jetzt der Erste, der seit Jahren kein Gedicht aussagen muss und auch kein Lied singt und hat sich das umgekommen. Okay, dafür fängst du an, greifst dir ein so ein Stück und schaust, dass es draufsteht und gibst es der oder demjenigen mit einem guten Wunsch bitte.